so dingster und danach luftabwehr ein bisschen so aus prestige gründen wo wir zugeschossen wird weiß nicht soll ich morse nehmen oder soll ich mauspanzer erforschen ich mache schon artillerie wenn du wenn das genehm ist also da mache ich mauspanzer hier machst du die angriffsmacht ich mache die zermürt macht denn das so viel mehr einheiten als ich ne scheint nur so kann auch sein wohl guck mal es ist seine artillerie basis kaputten seine kaserne balle ich jetzt auch noch kaputt 0 geht kaputt aber scheiß ich hab glaubt ein paar Orte die Einheiten in den Tod geschickt das ist natürlich blöde nacht öh pech ich ziehe zurück was ich noch kann shit artillerie kann so meine siegfried blockhäuser zu sagen sie wieder typisch hier ja das ist so der typ probiert was also gut ich habe 100 dollar ich arbeite zwar in frankreich aber 100 dollar dollar klar dollar dann werden noch zwei superartelisten gebaut ich werde hier platt gemacht verdammt wie lang brauchten so einen scheiß mauspanzer ich plätt den grad ihr land ach das leben ist so schön das leben die kohle ist auch schon wieder leer hier dieses spiel doch dreh nicht lustig doch zum ablachen weißt du was ich hau jetzt meine ganze kleine art wieder hoch kannst du bitte mal sie da abschießen die mir so wirklich derbe auf den sack gehen ja ich probiere es warte kurz die sind die da ach die da drüben oder was ja die einfach alles abschießen bei mir ja gut ich weiß nicht woher die schießen eben das ist das problem ja da irgendwie von immerhin triffst du irgendwas toll ich habe ein wenig getroffen doch beeilt euch artillerie geht aus meinte das sind lauter artillerie-panzer diese wichse artillerie-panzer das ist natürlich hässlich toll ist schießen sie auf meine artillerie zumal mauspanzer kommt dritter artillerie-panzer maus-panzer-wütend so panzerbasis wird jetzt geplättet mir egal was das heißt boom wie es mal übelst kesselt wenn meine artillerie ballert hoher-panzernd hoher 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 wie alles eingeäscheret wird naja der erschwert mich hier auch gleich ein der junge der junge 250er sind weg unterhauptquartier ist auch vernichtet höh ich habe ja genug dinheiro mehr neues zu leisten nicht ich muss zusehen dass der mich ja nicht platt macht da auf der seite also dass er mir nicht ins gehege kommt und wie ich ihm einheiten abwicke nach dieses spiel gut und balanciert wie sonst was egal ich komme jetzt mit mauspanzer dann ist ende hier ende gelände machen das gut ich beginne es die da drüben anzugreifen ich will mal wissen was es ist wie er ich habe dann blöd spiel muss reingetan da dies das es kommt trotzdem ein maus bricht soll er wird töten wie hoch ist die reichweite dieser priest panzer sehr hoch nerv tötet ist es auch so scheiße ich meine jetzt mein ganzes lager hier weggeballert die hohen söhne ja voll aber es ist leicht für mich cool ja jetzt sollte vielleicht der mauspanzer mal da bisschen sich bewegen ich sag dir maus ist wie schildkröte aber er fährt ja irgendwie in die falsche richtung scheiße beschießt mich schon wieder nein nicht rückwärts fahren mauspanzer vorwärts geradeaus woher ich sagte mit dieser artillerie kann ich jetzt mal alles terrorisieren warum ist jetzt mein mauspanzer bitte gut dann muss halt der grenadier diesen blöden infanteristen töten ist ja nicht mehr normal ist ja nicht mehr normal mauspanzer zurückziehen 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 wird emmess beck pv maintenance die paar infanteristen schaffens diesen dumm wichser dazu töten wert ernsthaft können wir nichts ein sondern es war die priest hier kaputt fckthy shin»,ja ist ja noch gut die beschießen können mich übelst oh die jahr da komme ich jetzt nicht hin dass man das mauspanzer der weise bescheid ist langsam ja ich weiß euch wieder meine super artillerie das ist mies na ja das kenne ich ein schuss vom mauspanzer prüftungen für uns schulden johannin Panzer ach das ist ein priest und nie ja gut wie sie grad typen verlieren ich mach den hier rechts ist auch ziemlich platt ne das ist schön eine artillerie wird noch zusammengeschossen das regt mich auf tschu kann man nix machen ja leider sturmgeschütz geh mir nicht auf den sack da kampf bis zum letzten mann regt jetzt auf ich hab ein hauptquartier erobert lol coole sache ja die amies haben nix mehr so nervt jetzt nicht mehr italienischen säcke so bauen wir denn hier noch ich liebe den duft von artillerie am morgen schiebholz was schönes gut ui mauspanzer 2 je machen wir sie fertig mit unseren technologien obwohl ich keine Technologie habe bis zu halten italiener oder ihr seid ihr seid ich bin Franzose ich bin Franzmann boah ich stirb und meine dorfen liebte ist cool wofür nicht einmal den unbewaffneten aufklärer der könnte ja gefährlich werden ja mauspanzer schießt beide mauspanzer schießt bumm normal muss schon echt deprimierend sein wenn so ein mauspanzer der herkommt alles mal platt so meine artillerie ist auch wieder einsatzbereit irgendwie schaut der aus wie der elefantpanzer von den amies elefantenpanzer ja voll kennst du den ich denke ich kenne ihn der elefantpanzer ist halt so ein ja ich weiß nicht sturmgeschütz ist da noch irgendwo ein star ne wahrscheinlich nicht jedenfalls hat er ein festes kanonenrohr und wiegt irgendwie 60 tonnen oder so naja ist doch schön ja die dinger haben richtig dicke dicke schwänze boah jetzt schießt der mir hier boah junge äh jetzt ist jetzt ist aus jetzt ist es wirklich aus der hat nichts mehr außer seine hauptbasis und einen anderen shit eben ich meine es nicht der dumme panzer dem hier meinen mauspanzer angreift der ist aus junger der hat ausgeschissen da wir noch ein flugfeld aber es geht nicht mehr Oh, kaputt. Tja. Artillerie, Feuer. Zieh deine Maus zurück. Nein. Ich will die als Dev-Einheit hinten haben. Komm, ich mach jetzt hier fertig, ne? Ja, jetzt machen wir ihn komplett fertig. Machen wir noch nachher noch eine Runde. Ja, können wir schon machen, ne? Juhu, Spaß. Zerstör mal das Nachschubslager. Ja, ich versuch's. Boah, wie das göttlich aussieht. Ja, ich hab's. Warte, die Einheit, die mach ich noch kaputt. Jetzt kommt noch meine Artillerie, die haut da auch noch ein bisschen rein. Sturmgeschütz. Sind die klein im Vergleich zum Mauspanzer. Überhält. Also wenn du hier nahe ranzoomst, dann sieht es schon echt erstaunlich gut aus. Ist auch so. Gewonnen, ja. Yeah. 22 Minuten, das gibt zwei Parts etwa. Frag Rate 5,6 zu 1. 5,85. Hey. Befehle pro Minute 7,62. Na gut, per Befehle, Prefe... Hey, ich hab mehr Fracks als du. Bam. Aber auch leider mehr Verluste. Na gut, aber du wirst generell besser. Ja. Aber ich sag den Supreme Commander, da geh ich noch viel mehr ab. Das macht mir viel mehr Spaß. Na gut, Supreme Commander, da werde ich wahrscheinlich, während du den Gegner schon wegrusht oder auf dem normalen Weg weg... Ja, nee, rushen tue ich nicht. Das ist late. Nein, wenn du auf dem normalen Weg wegbattelst, werde ich noch an meinen ersten Verteidigungsgebäuden sein. Mhm. So, okay, Gebäude ausschalten. Ja, ich hör mal auf, es aufzunehmen. Tschüss. Ja, ich auch.